Psydex, du kleiner Schlingel. Boom! Moin und herzlich willkommen, meine lieben Freunde der Sonne, zu einer weiteren kleinen Folge Minecraft Hexet. Ihr seht schon, wir sind hier in der Festung und... It's a prank! It's a prank, brah! Ja, genau. Wir sind hier noch in dieser wunderschönen Festung, oder wir sind hier in der Festung, in der wir letztes Mal stehen geblieben sind. Und ich habe Offscreen ein wenig verschönert. Und wir haben unser ganzes Equip umgeräumt. Wie gesagt, ihr könnt wieder gerne kontrollieren. Es ist alles noch gleich, bis auf die paar Sachen, die habe ich da hier oben von dieser Dings geholt, um das alles hübscher zu machen für euch. Und ansonsten ist ja alles gleich geblieben. Wir haben keine Sachen dazu geholt und so. Aber ja, ich bin gespannt, was wollen wir dieser Folge alles Schönes machen. Also als erstes müssen wir wieder unseren Full Enchantor aufbauen. Ich habe einige Level, was auch noch klicken. Du hast ihn, du hast ihn letztes Mal, äh, eingesammelt. Das habe ich ganz genau gesehen. Ja. Was zu dem? Und kurz, vielleicht in den Backpack oder so. Äh, ich komme mal kurz in den Backpack gucken. Ja, ich habe ihn. Ja, genau. Ich stelle ihn dir hier mal auf, ne? Äh, nein, dazu will ich schon mal hier. Ja, meine ich ja. Hier ist der Enchanting-Rum. Genau. Wohin solchen Stellen hier? Einfach in die Mitte, weil wir machen drumherum Bücher. Aber am besten so, dass wir auch noch von vorbeikommen. Ja, habe ich gemacht. So, warte, ähm, Bücher habe ich keine mehr. Bücher sind hier. Ah, ich muss noch ein bisschen was umräumen. Okay, ich hole ein bisschen Holz. Holz haben wir, Holz habe ich noch stackweise. Hier, ich habe noch stackweise Holz. Ja, dann mach ich das doch einfach. Ich chop dir die Bücher. Nee, warte, 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 ich habe es wieder hingelegt. Mach du das. Ja, mach du das. Ja, du hast ja auch, aber die Zuschauer müssen noch was erleben. Natürlich. Leute, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und... Gibt es noch was, oder? Ja. So. Oh, du hast ja gar nicht mal das Schlafzimmer gezeigt. Nee, das habe ich noch gar nicht tatsächlich. Da gehen wir aber gleich als nächstes mal hoch, nachdem ich meine 21 Bücher platziert habe. Okay. So. Weil ich möchte unbedingt Infinity auf meinen Bogen packen. Wo ist Infinity? Da. Gut. Habe ich das nicht toll gemacht? Da ist es. Das hast du. Unbranking Power, also Flame auf jeden Fall. Ja, habe ich das auch gemacht. Warum kann ich die nicht verzaubern? Das ist Backlatt. Und Power auf jeden Fall? Also ich habe Power auf 4, Flame 1, Infinity 1. Ich mache Power auf 5, Junge. Ich gönne mir. Power 5, ich mache 8 Level kosten. Ähm. Als nächstes. Wir können... Und Flame. Stimmt, wir wollten die Hexical, äh, die Scale Rüstung machen. Die kannst du dir übrigens machen, diese Folge. Ja. Ich habe ja schon recht gute Brustplatte. Oh, ich bin so dumm, ey. Fuh, Mann. Wo war noch mal Wertvolles? Wertvolles war hier. Und so haben wir ein Hexical Diamond und Obsidian. Und Gold. Ein bisschen Gold haben wir. Nur so 3 Stacks. Komm mal, ich drop dir das jetzt einfach mal hier hin. Okay. So, hier einmal. Hier und hier. Du kannst ein Scale eingeben und das dann einfach mal craften. Also, wir wollen einfach ein bisschen darauf achten, dass die Person, die gerade auch aufnimmt, so das meiste macht. Okay. Ähm, was soll ich eingeben? Was muss ich... Scale. S-C-A-L-E. Nicht so wie dein... Was war das? Wo du komplett falsch eingegeben hast. S-C... Und dann ist es diese lila Gerüstung. S-C-A-L-E. Diese lila Gerüstung. Da brauch ich erstmal ein Scale-Chess-Plate für und da brauch ich die Dinger. Nein, nein, die lila, mir ganz unten. Ja. Ach, die. Die Brustplatte. Ach, du Scheiße, ist die kompliziert. Ich hab' ich merk' mir das. So, okay. Ach, so, übrigens, du kannst, wenn du auf der Workbench bist, da auf die Brustplatte gehen. Schiff gedrückt halten und aufs Fragezeichen. Dann kommst du's angezeigt und wenn du alle Items hast, direkt reingezogen. Aber auch nur, wenn du alle Items im Inventar hast. Okay? Oh, geil. Aber... Ah, das ist... Oh, die Lifehacks kommen hier durch. Ja. Krass-O-Matico. Krass-O-Matico. Side-Ax, du kleiner Schlingel. Boom. Alles klar. Nice. So, was könnten wir uns noch für gutes Equipment machen? Ich bleibe hier einfach mal ein bisschen durch. Danke. Lol, du hast Dorn auf deiner Rüstung? Nein. Nein? Nö. Lol. Bitte schmeiß mich jetzt nicht in den Müll da rein. Ich bleibe gerade mal so durch, was wir alles machen könnten. Stimmt, wir können uns irgendwann mit der Smetery auseinandersetzen. Ja. Könnte ein echtes Thema dieser Folge sein. Wir könnten eine Smetery machen. Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Das ist so interessant. Ja, ich mach gleich. Als wir brauchen, eine Menge. Eine Menge. Sand, Gravel und Clay. Okay? Okay. Also Sand haben wir schon Stackweiser. Warte. Ja, Sand. Obwohl ich weiß nicht, ob das reicht. Wir brauchen Clay. Gut, dann ist es die Aufgabe für diese Folge. Wir müssen hier echt nur einen Grappern herren. Herzlichen Glückwunsch. So. Profit für eine gute Schaufel machen. Wir können uns hier mal Schaufel machen. Wir haben das nötige Kleingeld. Wir sind einfach so witch. Natürlich. So, ich hau' das jetzt hier einfach alles rein. So, das da mit rein. Das hier runter. Bisschen Essen kann man immer bei sich behalten. Und dann machen wir vielleicht noch eine XP Flasche. Mh, das wäre zu viel. Weiß, ich habe fast ein Level. Es fehlt einfach nur so ein kleiner... Okay. Genau, ich zeig jetzt mal kurz unser Schlafzimmer. Und zwar guckt euch das an. Ist das nicht wunderschön? Und wenn man hier dann reingeht. Oh, oh, oh. Ja. Perfekt auf jeden Fall. Ja, gegen kann man nichts sagen. Ich liebe dieses blaue Gras. Äh? Warum kostet efficiency 1? Neun Level. LOL. Ich mache mit meinem Bogen über 20 Damage. LOL. LOL. Okay. Ja, mach ich auch. Ähm, was hast du eigentlich auf deinem Bogen drauf? Power 3 Infinity. Ja, okay. Ich habe Power 4 Flamble. Definitiv. Oh, das war die eigentlich gar nicht. Suchen wir dann diese Folge ein wenig nach Clay. Ich würde sagen, wir schauen mal auf der Map. Ich glaube, ja, wir haben ganz oben mehr. Ich wollte eh mal in einem Meer rein. Okay. Hast du genügend Flugstelle oder Posten? Du musst es ja noch mal haben. Das ist heiß, ihr fliegt nach dem Norden. Erst zu dem Orangen Nebium. Hä? Hier ist aber, hier ist auch noch ein anderes Meer. Ach nee, das ist so ein Süd. Nein, zu dem Orangen Nebium. Ey, Leute, hier ist so eine Stadt im Meer. Vielleicht erwischen wir es sogar. Ein Piratenstift. Hier ist so ein richtig geiler Ort. Aber egal. Ich fliege jetzt dann, wo du sagst. Okay, Papi. Und wo ist so ein richtig geiler Ort? Nee, hier ist irgendwie so ein Meer mit solchen... Also da in Richtung Alte Base, oder? Ja, genau. Also zu dem Orangen Nebium. Ich bin gerade im Orangen Nebium. Okay, da habe ich es noch ziemlich weit. Also mit den Flugstellen kann man sich jetzt ja echt nicht beschweren. Oh, hier ist noch ein Tower. Oh, das ist immer so zeitaufwendig. Wollen wir einen Tower machen oder jetzt wird... Und Stop Clay fixieren? Hm, das ist die Frage. Nee, heute, heute, heute Clay, heute Clay. Heute wird sich uns Clay lieben. So, hier sind so viele schöne Amadellus. Ich bin in den Biom-Trennen. Ja, und wo? Wir treffen uns einfach am Meer. An welchem Zipfel? Da bei dem Battle Tower, okay. Nördlichsten. Den wir zerstört haben. Ja, am nördlichsten. Oder im Village. An dem Sand? Komm, komm ins Village. Okay. Haben die auch eine Schmiede hier vielleicht? Hm. Noch keine Schmiede gesehen. Lol, wie viel diese Reise jetzt einfach an meinem Teil genagt hat. Ja, meins ist kaputt gegangen, mein erstes. Lol, was ist das da hinten? Äh... Und was ist in der Kiste drin? Ein Diamant. Lol, guck mal hier. Hier ist, glaube ich, irgendwas Geiles eingeschlagen. Wo bist du? Ah ja, das ist Meteorit übrigens. Ich kann's, glaube ich, abbauen, ja. Ich kann's abbauen. Ich auch. Daraus kannst du... Hey, du darfst auf keinem Fall draufstehen übrigens. Sonst brennst du. Nice. Steht aus eigener Erfahrung, dass man brennt. Ah, du musst noch die warmen Steine abbauen. Nur die geben was. Und die, die noch einige Partikel haben. Achtung, Kuiper, Kuiper, Achtung, der ist richtig stark. Hey. Oh. Was? Hey, lol, mein Schwert ist weg. Der hat's gedockt. Hey, es gibt manche Mobs, die ziehen uns die aus dem Inventar raus. Oh, ihr müsst auf jeden Fall davon fahren, weil wir können uns dann damit ganz gute Sachen kaufen. Okay. Äh, kaufen vor allem. Ganz gute Sachen draus machen. Ich hab jetzt schon fünf von diesen Chips. Aber ich krieg irgendwie keine von den Chips mehr. Ah, jetzt. Ich hab einfach 28 Chips. Die, das hat bei mir irgendwie gerade gebackt. Ich hab ne Weile gar keine gekriegt. LOL! Ich hab einfach nur drei Herzen. Läuft bei dir. Yolo King. Ah, die verbrennen immerhinst und du musst näher rangehen. Ja, geil. Ja, du, ich weiß, du fängst Feuer und so. Dann hab ich da richtig schnell gut geht. Okay, was ich hab, hab, reicht, glaub ich. Also ich hab jetzt elf. Ja gut, lass mir das einfach bei der. Schau bitte nicht in den Chat. Was? Schau bitte nicht in den Chat. Okay, ich geh dann mal wieder ins Dorf. Na, ich, ich, äh, ich bin hier gespawnt. In der Nähe von dem roten Jum, also in unserem normalen Spawnt. Ja. Bin gleich da. Wir müssen da eh bleiben. Ich geh nicht zurück ins Dorf. Ja, mach ich nicht. Ich hoffe einfach nur so, dass ich die Sachen jetzt nicht verliere. Aber ich bin guter Dinge, dass ich es nicht tue. So, ich hab 16 Stück davon. Oh Gott, ich hoffe wirklich sehr, dass ich schaffe rechtzeitig. Vor mir, ich sag, die ist born aber. Soll ich die sonst holen? Hm, weiß nicht. Ich bin schon gleich da. Ich lache, wenn ihr weg ist. Also noch sind sie da, noch sind sie da. Ja, ich lache auch. Ah, wir haben fünf Minuten Zeit. Soll ich sie holen oder nicht? Nein, nein. So, ich bin jetzt gleich beim Villager-Dorf. Oh Gott, sind wir viele Skelette. Soll ich dir helfen? Ähm, weiß nicht. Ich weiß nicht mal ganz genau, wo meine Items sind. Ich weiß es. Ich seh, der hier läuft, der hier hoch den Berg los. Ja. Ah ja, das schafft ihr auf jeden Fall. Und hier liegen sie. Ich hab dir eine Treppe gebaut. Danke. Yeah, Items. So, und jetzt? Das ist meins. Warte, da oben liegen noch ein paar Items gleich rum. Oh Gott, das ist ein Creeper. Ich hab ihn gekillt. Ja. So, das wollen wir jetzt noch schnell... Sieht man Piratenschiffe auf der Map? Auf der Karte? Ja. Und dann? Wie sehen die aus? Einfach solche riesigen Holzklötze. Null Wärme kannst du ein, ja. Okay, wir haben jetzt aber auch schon wieder 15. Ja, ich hab' meine Korte, doch da ist mein Korten. Äh, ja, wenn du sagst, die Zeit ist rum, dann ist die Zeit rum. Ja, ja, okay. Ja. Hier, äh, willst du deine Spitzhacke noch mitnehmen? Ich hab' jetzt jemand gesehen, nur dass das klar ist. Ähm, natürlich nicht. Gut. Jo. Weil ich feiert diesen Bogen so hart. Lacht. Nicht, äh, nicht jetzt. Man hat schon hart der Nutz. Gut. Jo. Ich sag' ich jetzt die ganze Zeit, das soll so ne insgeheim Anspielung sein, dass du jetzt mit der Diabmoderation machst, da hast du ja nichts mehr zu tun dran. Okay. Stopp, da hat man gesteckt. Oh. Warte, stopp, 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 stopp. Noch drei Herzen. Okay, gut. Ja, Leute, das war's dann auch leider schon wieder mit dieser Folge. Wir haben leider nicht sonderlich viel geschafft, das ist traurig. Ja. Aber, äh, naja. Können wir nix für, ne? Ne, doch eigentlich können wir schon was für. Ähm, ich guck jetzt noch mal kurz, ich will jetzt wissen, ob hier irgendwie ein Piratenschiff ist. Hier muss ein Piratenschiff sein. Es ist so schlimm mit ihm. Es ist einfach so schlimm mit ihm. Ja. Mal versuchen, ich hab Piratenschiff. Ich hab' ein Piratenschiff. Ich hab' ein Piratenschiff. Ist es so'n riesiges oder? Ja. Kleines. Gut, dann ist das jetzt der Cliffhanger für die nächste Folge. Also, die ganze Zeit möchte er eine Abmoderation machen. Ist schon schlimm genug bei mir. Aber die ganze Zeit möchte ich eine Abmoderation machen und dann kommt der Dolch dazu und dann schweigt er und dann schaut er sich doch noch was an und komm, jetzt bitte. Okay, so Leute. Das war's leider auch schon wieder mit dieser Folge Minecraft Hexit. Das nächste Mal gehen wir hier auf dieses wunderschöne Piratenschiff. Ich steh' hier jetzt oben auf dem Mast und guck' mir das gerade alles an. Und ja, dann freut euch schon mal auf die nächste Folge. Wenn's euch gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Bist du bei mir? Äh, nein, bei mir rechts grad. Okay. Ja, dann... Lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Abonniert den Kanal, um keine Weintrun-Folge mehr zu verpassen. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.